Nicht, wenn aber andere Spiele herkommen, Alter. Du darfst echt nicht bei den benannten Orten landen. Ja, nur bei den... ... bei den kleinen Pupsen da haben. Der ist ein Biggie. Der ist ein Biggie. Hinter dem. Ach, ja hier. Stimmt. Und gleich ein dickes fettes Fass. Außer kriegst du direkt. Ich hab ne dicke fette Fass, Alter. Ach. Warte mal, bin ich. Cool. Nee, wenn ich ne Biggie dann auch ne Biggie dann bitte aufholen. Ja, noch ne Biggie für noch. Das fattet ich mir auf. Will ich mal daumen, wenn oder so, dann kann ich fast... ... zippeln. Kannst du uns nicht mitbringen? Ach, schön, stecken. ... Sneaken, sneaken. Na? Pappapapa. Jetzt ich würde nach ihm einfach einen Land... ... ja. Wir waren Raketen erfreundlich? Speichern. es war so klar dass er eine geile waffe hatte und das war ein epischen sturmgewehr ich wusste es siehst du das meine ich du musst jetzt nicht sein und hier aufpassen ich wusste dass es hier noch einer war nutzen hier jeden winkel da sind pülze die kannst du dir alle wegsnacken auch vor mir da hinten ist noch ein pülz aber ich wusste dass doch irgendein typ weil ganz da hinten zwei zwei stunden ja was war das gerade eh was er auf mich geschmissen hat war das gerade eine haftbombe alter gar keine ahnung ich gehe ich gebe es die hälfte also wie aus dem nix Das ist ein Auto. Vielen Dank. 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 Na guck mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Ja. 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 Ich bin sowas von tot. Ich geh auch runter. Der Ölgeld besetzt. Erst die Rückfuß kommt. Er ist da in Gang gelaufen. Er ist da. Ja, er kommt. Ja, er ist da. Du brauchst jetzt nicht abhauen, Kollege. Ja, den lassen wir. Der will nur spielen. Ach, du hast mir geschrieben. Gerade. Okay. Weil, ich hab mal... Hallo? Ich glaube plötzlich, du hast einmal rausch und einmal das Kontrollermikrofon, oder? Das Rauschen ist mein Handy. Das Mikrofon ist kaputt. Ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.